Jetzt wird's noch mal trickiger. Oh, ba-ba-ba-ba! Äh, okay. Traurig. Sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Da war der erste Tod. Das war komplett lost. Das war... Das war lost. Der Lost-Haftigkeit, des Lost-Seins. Das war so richtig lost. Also kann man eigentlich lost da sein, ist meine Frage. Äh, anstatt ich einfach abgewartet hätte. Was mach ich denn? Jetzt geht's los. Jetzt, 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 jetzt ist es vorbei. Jetzt, jetzt ist, jetzt, äh, jetzt ist es vorbei. Wow, Alter. Also, okay. Ähm. Ah, das wär jetzt mein Cycle gewesen. Na! Was? Wie hab ich das denn geschafft? Okay, ich war grad... Ich bin da einfach runtergelaufen. Okay. Okay, okay. Vier Subs. Oh, shit. Das war grad einfach... Gar nicht drauf geachtet, was man hier macht. Einfach, einfach, äh, schräg gelaufen. Komplett lost. Und ob man nach vorne oder nach hinten drückt... Oh, das gehört auch noch dazu. Okay. Ich glaub, hier hab ich mir falsch gemerkt. Man muss den, wenn er ganz hinten ist, glaub ich, ansprechen. Und nicht, wenn er ganz vorne ist. War das echt so, dass man den hier anspricht? Kann ich eigentlich gar nicht glauben. Was? Teufel? Okay, hier kann's einige Tode geben. Wenn ihr gedacht habt, oh, ich bin bisher viel zu wenig gestorben. Dann, in Anführungsstrichen, freu ich mich jetzt, euch verkünden zu können, dass, äh... Oh, Gott. Ich bin grad so, literally, so vom Controller abgerutscht, dass ich wirklich grad Schiss hatte. Oh, Gott. Das wird schief gehen, dachte ich mir gerade. Ah! Was zum... Fick? Und ich hab's ja quasi gecallt. Holy moly. Ich hab komplett den Pilz verfehlt. Was hab ich denn heute? Ich hab heute kein Zielwasser getrunken. Noch eins. Oh. Okay. Saved. Unsaved. Unlucky. Gut, ist halt passiert, äh... Schön, wenn man sonst nie bei dem Boss stirbt. Und jetzt schon. Natürlich besonders schön, weil das Wasser war da besonders kalt. Okay, kacke gerade. Da konnte ich mich grad nicht mehr salven. Okay. Kein Rühle.